So, da gehen wir mal hier hin, so, dann würde ich sagen, hey meine Rockens, komm zu einem neuen Video, wir machen ein bisschen weiter, das Department von dem Mechaniker, ich habe hier schon mal alles eingestellt, obwohl eine Sache fehlt noch und das kommt gleich. So, ich glaube ihr hört jetzt was im Hintergrund, das ist der Ventilator, weil ohne den kann ich nicht zocken, aufgrund der Wetter und Hitze, ja, ich hoffe das geht jetzt, es kann sein, das ist abgeschmiert, dann ist es so, wir sind hier stehen geblieben, vor ein paar Monaten, auf jeden Fall geht es weiter, weil wir brauchen den unbedingt, ähm, so, Umkleide, Autoanpassungen, Diensterinnerungen, ich überlege, ob wir gerade noch was brauchen, wir können ja ein bisschen hier was abschauen, bestimmt Zello, das brauchen wir nicht, das sind die Rechte, Bericht, Zello, Ah, und die, aber die haben wir glaube ich schon, die sind oben, nee, doch nicht, Nevermind, okay, dann brauchen wir Zello, ich hoffe das funktioniert, so wie ich es hoffe, gut was, ja, wir brauchen ein, Zello ist was zum Funkgerät, ähm, das ist ein Funkgerät, ähm, lasst mir den hier, dann gehen wir hier hin, manchmal was Filtings haben wir, wir haben die zwei, das heißt, wir haben dann den hier, kopieren wir rein, dann gehen wir auf Fancy, Text Generation, so, da habe ich einen Test gemacht, ähm, da brauchen wir nur Zello, und benutzen, und benutzen, und das hier, Perfekt, äh, da gehen wir auf Kanal erstellen, dann haben wir auch Zello, ähm, alles was privat ist, also jetzt zum Beispiel Zello, ähm, oder was ihr gar nicht sehen dürft, werde ich hier reinschreiben, weil das ist ein Funkgerät, dann müsste ich jetzt schreiben, Name, und das ist Passwort, und dafür braucht ihr diese bestimmte App, und ja, machen wir erstmal so, also der Name ist ja, obwohl der Name ist eigentlich da, und das Passwort sag ich nicht, es wird immer mit Passwort bei uns geschrieben, aufgrund der Sicherheit natürlich, dann kommt einmal die, sollen wir erst, am besten wäre Beförderung, Degradierung, Suspendierung, Kündigung, am besten wäre es so, das heißt, wir gehen hier hin, äh, die Beförderung müsste, äh, keine Ahnung, das sind beide Symbolen müssten, glaube ich sagen, was für Dings haben wir eigentlich, ne, ich warte mal, was für Beförderung, eigentlich Beförderung wäre, ja, hoch, runter, und dann die zwei, äh, ich glaube, sind das Halte- oder Parkverbot-Schilder, das heißt einmal, hier nicht, hier müssen die sollen, ja, können wir direkt beide hinzufügen, die muss ich mir später kopieren, dann gehen wir hier, kopieren wir, weil das ist noch eingespeichert, fügen, oh, fügen das hier ein, gehen dann hier zurück, eigentlich können wir das hier hinpacken, ne, jetzt die Beförderung, das Öl nicht so, okay, so weit waren wir nicht, dann nehmen wir den hier, nicht Dashboard, Zello, so, dann kopieren wir das hier, fügen das ein, gehen dann auf, Warte, ich hoffe, ich schaue das hinweg, Degradierung, und nehme das hier, fügen wir hier hinzu, also, also Leute, ähm, ich kann auf Tastatur, ähm, blind, alter, also, ich kenne blinds, die tosten, bei manchen, also hier zum Beispiel, K, J, also seltene Buchstaben, die ich kaum benutze, nicht so, aber die ich immer nehme, kenne ich, da brauchen wir einmal die Einf, verboten, einfach, die müssen bei Sim, und zwar nehmen wir, genau das hier, dann, geht zurück auf, Suspendierung, Sass, ne, machen, und dann fehlt noch, die, Kündigung, bei Kündigung, Bei Kündigung würde ich vielleicht sogar was anderes packen. Vielleicht Zutritt verboten. Ja. Bei Kündigung, da siehst du ja nicht mehr die Textkanäle mehr. Da siehst du eigentlich gar nichts mehr, außer das oberste hier. Genau. Fancy Tank. Und die... Ich hab nicht aufgenommen. Ich hab pausiert. Warte mal, passiert das, wenn ich das hier mache? Nee. Ja, ich... Eine Toste kann ich pausieren. Ach, was soll, müsste das hier sein, ne? Nee. Ich hab irgendwie pausiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und mal, das packen wir dann mal hier hin, dass ich sehe, dass ich überhaupt auf... Packen wir hier oben hin, drittmittig, genau zentral. So. Ich bin nur so dumm. Und zwar gehen wir dann auf... auf... ... ... und dann auf... ... und dann auf... ... Zeit. So. hier kannst du mal sehen das war so alt obwohl, ne, so alt war es glaub ich nicht äh, der müsste steht nicht mehr drin ja ah, hier 23, 19. Juli genau genau ein Jahr jetzt warte mal ich glaub Tickets wurde 19. ich sieh's leider hier nicht mehr mh gehen wir wieder zurück Bilder und Videos ja, ähm ihr jetzt wisst also, ich hab jetzt Beförderung Zello Degradierung Suspendierung Kündigung Chat und Bilder und Videos hinzugefügt Schlussaufenthalt weil ich weiß nicht, wann ich gestoppt habe so, jetzt kommt Trolx rein ja, jetzt nervt jetzt nervt die warte mal ich guck mich hier hin ähm hm und zwar brauchen wir entweder entweder also wenn dann würde ich ähm die 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 ähm hier hier das hier die Lautsprecher ich würde einmal den hier nehmen und einmal den der stumm ist der müsste glaub ich bei Symbolen sein ne na jetzt ist jetzt die Frage sonst kopieren wir uns einfach den ja ich kopiere mir den gleich daraus so ähm da brauche ich eigentlich das gar nicht weil da kann ich groß schalten hier guck drück eins so die kann ich glaube ich duplizieren ja drück zwei haben wir drei Trolx und dann ne afg haben wir das hier auch eingemacht afga ich hoffe ihr wisst was das ist das ist wenn ihr gerade gerade auf Klo oder so geht dann könnt ihr die Kondal dort join vergesse ich immer zuerst sprach ausnehmen muss jetzt kann ich ähm in serverinstellung gehen in aktive in aktivitätskanal afg eingeben und timeout können wir maximal 30 minuten und danach wieder daraus gekriegt also hier dürft ihr immer 30 minuten dort sollen äh verbinden dürft ihr sprechen dürft ihr nicht videos dürft ihr nicht songbox verwenden dürft ihr nicht das dürft ihr nicht das ähm nee so das sind die wichtigsten so ach Kategorie bearbeiten so und um das so privat natürlich und du und abgesehen darfst du alles sehen weil es gibt ja hier warte mal du behältst natürlich die Rollen Bewerber ist ja klar wenn man joint Lehrling hier Abschluss ähm dann Geselle darfst dann alleine machen kann ich eigentlich Status hinzufügen Stichpunkte so ähm genau Ausbildung Tuning kannst du nochmal machen ähm Facharbeiter Meister und der Chefe aktuell bin ich der Chef aber ich glaub nicht mehr ich muss also ich bin 30 ja also IC weiß 30 aber ich bin ich glaub ich ich glaub ich hab ich glaub ich 31 der Server gab gibt's ja schon seit Mitglied bei der Jugend da muss ich schauen wenn ich den selber gemacht habe ja eigentlich war's das mit Aufenthalt dann geht's dann rüber zum Support müsste das nicht sein ne Funk 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 1 Funk 2 Funk 3 äh würde ich eh nicht aufbauen brauche ich wieder und zwar brauche ich ähm ich muss überlegen also Funk 1 ist klar ähm normal Funk Funk Bereich schreib ich hin den Kategorie ändern den siehst du ab Lehrling und Geselle weil wenn ihr das fertig habt seid ihr Geselle und das kommt dann weg also ich krieg dann die Rolle nicht mehr wieder zurück Lehrling deswegen beide so ähm wir haben einmal Sprachkanal Funk äh Volk auch nicht laut so dann hier ähm so dann brauche ich einmal das hier so dann sind wir im Funk 1 habe ich Funk ne Funk 1 Werk ähm Einsatz ist ne Werk WS für Werkstatt st 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 Werk Stadt ne passt schon noch naja dann duplizieren Funk 2 ist Ausflug wenn die Mechanik kann man Ausflug machen Funk 3 ist Event das war's so und dann und jetzt kommt die subs die sind schon bei 20 minuten karten brauche ich eigentlich nicht soweit ich weiß so und zwar haben wir das bitte nicht sehen haben wir schon wieder Gerechtigung Irgendwas mache ich weil ich habe gerade gesehen dass ich dort nicht dass ich wieder pausiert habe obwohl ich gar nichts gedrückt habe dann ein Lautsprecher dafür hier schon wieder und zwar nur meister darf support so support 1 1 egal und support 2 da kommen noch den zweiten rein so dann haben wir das fertig wenn wir nicht sagen ich hoffe das hat euch gefallen lassen like und abo rein auto und ciao